Musik Saulustiger Instagram-Account Ed Sheerans Bodyguard ist der wahre Star Promis und ihre Bodyguards Eigentlich bleiben die muskelbepackten Aufpasser-Schränke still im Hintergrund Eigentlich Und dann gibt es Kevin Yas Der Aufpasser hat den geilsten Instagram-Account seit eigentlich immer Kevin Yas ist seit Jahrzehnten Bodyguard Früher passte er zum Beispiel auf die Bande Wanted auf und hielt heulende Teenager-Mädels davon ab, sich die Jungs zu krallen Seit einigen Jahren arbeitet er für Weltstar Ed Sheeran, 27 Ed und Kev, verbindet eine, Bromanze, die Hollywood nicht schöner schreiben könnte Der Musiker und sein Beschützer sind die Kev-Freunde Weswegen sie sich liebend gerne Streiche spielen Seit zwei Tagen hat Kevin nun einen neuen Instagram-Account Und er ist zum Brüllen komisch Ed Sheeran selbst postete die Fotobotschaft mit dem saukullsten Foto Endlich ist der Moment da Kev hat Instagram, wo ihm nun alle Fans folgen können Meistens mache ich dann die Insta-Story Um ihn zu nerven, wussten sie, dass der Bodyguard ihre viele Fans hat Denn, Security Kev, ist schon lange cool Der bullige Kerl, der auf Fotos meist grummelig dreinbelegt, ist Liebling der Ed Sheeran-Fans Ulkig, einige Girls basteln ihm sogar extra Plakate und wollen lieber mit ihm ein Foto, als mit dem singenden Superstar selbst Nun postet Kevin also mehrere Fotos pro Tag und hat nach zwei Tagen schon gut 200 000 Follower Die sind voll begeistert von seinen Einblicken ins knallharte Leben eines rund um die Uhr Beschützers Nicht die Bilder an sich sind zu mega witzig, sondern die Bildunterschriften Kevin nimmt seinen Job in dem sozialen Netzwerk nämlich heilig aufs Korn Was nicht nur erfrischend ist, sondern auch verdammt gute Laune macht Aber lesen sie selbst